Hey, welcome back! Ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute sind wir am Biken, nicht irgendwo im Wald, sondern auf dem Freeride Bike. Der Simon, der hinter der Kamera ist, ist auf dem Trial unterwegs. Wir sind jetzt schon hier am Fahren gewesen. Da blenden wir es einfach heute im Nachhinein ein. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Er ist auf dem Trial unterwegs, wie ich gesagt habe. Und hier auf dem Freeride Bike. Die Schanze steht oben noch bereit. Und ich würde sagen, wir fahren direkt los. Peace out! Der erste Spot hier direkt, der Stege. Die ist relativ gleichmässig zu stecken. Darum haben wir auch richtig gut mit dem Freeride Bike reinjucken. Ich habe es jetzt schon gemacht. Die Schanze ist oben dran, ready. Und die ist sicher 10 bis 20 Meter lang. Ich bin jetzt entspannt zum Fahren. Ja, geht's! Das Nossauc supportive immer noch im Abend. Bis nachdem ich Assy하� und sind da nicht ausspricht. Jetzt bin ich fertig. Ja, kl Sau! Ich habe etwas địnhfen und kamen. Das istiry j r Все. Det verstehe versucht immer noch einду bat. Ich komme! Simon! Ich komme! Musik Schau, ich komme jetzt! Boah! Merteligen hier! Ja, schön!